ARD Text im Auftrag von Funk Das ist mein schöner Zug Ich wollte nämlich genau hier abspringen, weil da die Ballons waren Wolfi Dieses Handy ist so aggressiv So, ich komme ins PvP-Gebet, ich komme in Frieden Der Eiko und der Jolga, die kommen, da? Ja, meinetwegen, es können ja alle herkommen Irgendwann sind 10 Leute drauf Wolfi Guck mal, Wolfi, den Zug könntest du fahren hier, da Das ist alles kein Problem Ja, ja, ja Unsere Kindheitsträume werden wahr, Wolfi Ein eigener Zug Wieso spielst du nicht mit, Webster? Komm rauf Wir sind aber Anfänger, zumindest ich Oh, wir haben schon wieder eine Kollision Warum denn? Oh, ich gehe mal wieder nach hinten Achtung Was soll denn das? Boah, ich habe einen Heli gefunden, Leute Den krallen wir uns, guck mal Mit einem Urwald ist ein Heli, Leute Jetzt greife ich euch aber an Jetzt gibt es aber einen auf Nisse Flugschule erstes Lehrjahr Wollt wie Flugschule erstes Lehrjahr Mach platze durchs Liga-Baum Oh Mann Die Kavalerie kommt Wo bin ich denn mit dem Wohnmobil? Ernst, ich zeige das doch mal vernünftig auf der Karte, du Sack Ich muss wieder einen Punkt machen Den machst du mal weg Den machst du da hin Jetzt starte aber schnell durch Das stört sich gleich wieder ab So, was mir fehlt hier als Pilot Ist noch eine Bordkanone Ich kann ja gar nicht schießen Ich sage ja, das ist kein Einzelspieler, ne? Das ist irgendwie ein Spiel Da brauchst du immer Leute Oder? Beifelleistung Tommy ist platt Oh, wollen wir gegen den Helikopter fliegen? Guck mal, der kommt gerade auf unserem Kurs Soll ich mal versuchen, den zu rammen, oder was? Aber ich bin Anfänger Ich schaffe das bestimmt nicht Ich weiß nicht Wolfi Ey, der macht ein Ausweichmanöver, der Sack Wolfi Oh shit, ich stürze ab Wer kommt hier hoch? Oh, der hat aber wenig PS, ne? Ich habe ihn gerettet Wir sind nicht abgestürzt Der ist über uns Krieg Oh, wir haben ihn geschraubt, habt ihr gehört? Ne, was schießt er noch bei uns? Oh, Pulvi Vorsicht Ja, hau dich runter Aua Nicht unter's Rohr, Alter Komm, zieh hoch LP, komm, Tommy hat dein Staff voll in dir Jawohl Habe ich Habe ich ihn getroffen? Heliram, das ist schon Das ist schon, ne? Experte ist das schon, Leute Wer schießt denn da rechts? Okay, Island Ja, ich glaube, wir sind auf Kurs Wolfi, stell dir mal vor, du wirst jetzt hier mit einem Helikopter sein Das wäre doch Hammer, oder? Ja, ja Ich stell mir das aber nicht vor Ich bin's nämlich nicht Und dann, äh, gleich hinter dir ist Goldi Die Lea Die Melli Der Hanni Die Nanni Ja, ja, ja Der Heiki Der Beiti Der Kleini Der Pi Ja, Heiki Das Beste hast du verpasst, Alter Zu früh auf Ausgelockt Mit dem Spiel Siehst du ja, wie geil das ist Der Helikopter ist zwar schön und gut Aber der hat ein bisschen wenig Power, ne? Der müsste schneller so Und der müsste schneller nach oben Ich fliege nur nicht über Launch Site Was heißt Launch Site? Speak German, please Du meinst, diese Abfangen, äh, diese Raketenstation Die ist da drüben, ne? Wie weit reichen die Abwehr? Ich fliege da mal dran vorbei Hoffe ich zumindest Die hat mich ja letztes Mal vom Himmel geholt, wo ich Sandy besuchen wollte Da hast du aber Glück gehabt, Sandy Ja, hier links von mir ist das, ne? Das wird die Raketenstation sein Hier ist das Atomkraftwerk Nein, ich wollte in ne In ner ruhigen Stunde mal vorbeigucken Deine, in, ich sag mal so In Sicherheitscheck bei deiner Base machen Hä, Wolfi Aber da hat mich irgendeine Luft-Luft-Rakete Oder Luft-Boden-Rakete Oder wie die Dinger heißen Hat mich da zu malen Irgendwo da hinten Da ist ne Base Na, wer wohnt denn da unten? Stimmt Tommy, wa? Ist das Tommy's Base, oder wat? Die machen deinen PvE ganz flott zur PvP Ich bin Geredet und Homeless Soll ich dich abholen, oder wat? Wo soll ich denn jetzt hin? Soll ich jetzt zu Tommy, oder wo soll ich jetzt überhaupt hin? Du hast jetzt meine ganzen Sachen Und wo bist du jetzt? Bei der Todesstelle, ey Ach so Und dann wurdest du erschossen Ja toll Dann werde ich ja gleich von demjenigen auch erschossen, oder was? Da ist ein Bett da unten Ich weiß ja gar nicht mehr, wo das war Das war irgendwo beim Zug, ne? Weil der Ersten ist, ja Ja, ich weiß ja nicht, wo die ist Ich reihe hier gar nichts mehr Ich bin jetzt im Eisland über den Zug, Leute Wolfi! Was schießt da einer? Ich denke, ich soll mal ne Leiche holen Sag mal, wollt ihr mich halt veräppeln? Wieso schießt ihr denn auf mich? Weil du im BVB-Land bist Ja, aber die haben doch gesagt Ich soll Das ist Tommy, komm runter Ich fühl mich grad veräppelt Oh, ich muss hier links aufpassen Hier links sind die Raketenwerfer Dann fliege ich genau in die Luftraketen wieder rein Hallo, ihr habt gesagt Ich darf mal ne Leiche holen Jetzt schießt ihr auf mich Das ist nicht fair Das ist Rast Sandy ist jetzt beim Helikopter, ne? Aber den hast du ja auf mich geschossen Was soll denn das? Da hinten läuft noch einer So, Achtung Ich lande Ich kann nix sehen Hoffentlich ist er unter mir frei Oh Oh, genau auf ne anderen Helikopter landet Wolfi! Da macht er doch nicht so fett hier, Leute Was soll sowas denn jetzt schon wieder? Habt ihr das gesehen? Wie sind denn die Leute hier bei Rust drauf, Leute? Habt ihr das gesehen? Also sowas Da macht er sich da unterbreit auf der Insel Lässt mich noch nicht mal parken Und dann schießt er mich ab, Wolfi Ja, ich bin blank Bei mir gibt's nix zu looten Das müsst ihr machen Hier, pass auf Das müsst ihr machen Da haben wir Donation Für die, die Leute müssen eine Donation raushauen Die mich jetzt hier belästigen Das Rad hat Das Glücksrad hat entschieden Gib mal meine Sachen, Tommy Du hast die doch, oder ne? Guck mal, da fällt sogar das Ding raus Oh, der hat schon die große Bumme Bin wieder da Das ist ja nicht mein Anzug Das ist nicht mein Anzug Aber der sieht gut aus Der gefällt mir sogar volle Kanne Das ist ein Riesenrucksack, ne? Aber das sind ja diese Skins Ist das doch ums Handy, oder was? Oh, das ist ein Heli Ja, hier geht leider nix kaputt Zu dritt seid ihr? Ach, dann ist das da oben Alu-Card wahrscheinlich, ne? Wie, was hab ich anzubeten? Ach, die stehen Achso, die sind mit extra Heli Ich dachte, die sind hier mitgeflogen Ja, such mal ein Heli für mich Da, Tommy Ich such grad ein Heli Wir können im Moment haben Unendlich Sprit, ne? Damit wir das fliegen lernen und so Vielleicht finden wir ja noch einen Das ist easy, easy Der wohnt auf dem Dach Ne, ich hole dich Wie, ich hole dich Ja, wir können unendlich lang fliegen jetzt, ne? Man braucht keine Angst haben, abzustürzen Oder so Der hat ja echt gut geparkt, ne? Auf dem Dach drauf Ja, flieg mal ins PVP-Gebiet Knarre am Kopf halten Flieg mal ins Eisland, Junge Flieg mal nach links ins Eisland Bam, bam, bam Dann hab ich nämlich meinen Helikopter Oh, die verfolgen uns Dafür ist der Olli viel zu nett Genau, du bist nett gewesen Aber der Heli hinter uns Jetzt schießen wir ab Los, wir locken jetzt Eisland da Und ich schieße die dann ab Hast du Munition für mich übrig? Ne, du hast ein anderes Kaliber, ne? Aber ich hab ja zu wenig Munition mitgenommen Oh, wie schieße ich denn? Das ist ja schwierig, ne Luft da zu treffen, Alter Ja gut, ich hab MP5, die kommt Deswegen schießt man ja Leuchtspur Ja, aber die ist Die MP5, die ist auch ganz kurz, nur Wolfi Das ist irgendwie nahkampfhaft Ja Da bräuchte ich irgendwie was anderes Wohl Sie Und denk an das Flugabwehrgerät hier, Tommy Da hinten kommen nämlich die Luftraketen wieder Ja, der trifft natürlich mit seiner Waffe War klar, Alter Ah, Tommy ist ein Arsch, ne? Aber ich kann aber nix mehr machen, wenn er mich angeschossen hat Komm, ich hab extra gewartet, ne? Ich hätte ja ausschießen können, ne? Mensch Alla